Nie fragen, anschauen. Ab 26. Januar. Die Ulla-Kock-Ambring-Show. Auf ProSieben. ProSieben. Gute Unterhaltung. Nichts ist mehr, wie es war. Mom, wieso hast du ihn hierher gebracht? Seit Edward seine Scheren im Spiel hat. Was glaubt ihr, sind seine Hände heiß oder kalt? Ein einschneidendes Erlebnis für eine Kleinstadt. Und besonders für Winona Ryder. Was willst du damit sagen? Das ist nicht wahr! Und Johnny Depp. Edward mit den Scherenhänden. Dienstag, 20.15 Uhr auf ProSieben. Megakino am Samstagabend. Ich bin ein FBI-Agent und kein Gangster. Keanu Reeves. Warum soll man Gesetze befolgen, wenn man Gesetze machen kann? Patrick Swayze. Rock'n'Roll! In einem Action-Thriller von Catherine Bigelow. Eine Freundschaft der Extreme. Eine Freundschaft zwischen Himmel und Hölle. Wir beide haben dasselbe Ziel. Gefährliche Brandung. Samstag, 20.15 Uhr auf ProSieben. ProSieben. Gute Unterhaltung. Der Sonntagabend mit Akte X. Die Begegnung mit einem Fremden hat unerklärliche Folgen. Denn er rächt sich eiskalt. Wann war das? Warum interessiert Sie das? Weil er vielleicht noch am Leben ist. Scully und Mona setzen eine Kraft frei, die nicht mehr zu kontrollieren ist. Scully, sehen Sie sich seine Temperatur an? Akte X. Sonntag, 20.15 Uhr auf ProSieben. Future Fantastic. Glauben Sie, dass Science-Fiction-Filme reine Fantasie sind oder wird unsere Zukunft tatsächlich so aussehen? Vielleicht leben wir Menschen auch bald auf dem Mars. Wehmen uns rund um die Welt und reisen schneller als die Zeit. Wenn Ihnen das alles zu verrückt klingen sollte, dann überleben Sie, was sich allein in den letzten 100 Jahren verändert. Willkommen bei Future Fantastic. Ab nächsten Sonntag, 23.15 Uhr auf ProSieben. ProSieben. Gute Unterhaltung. Der Megafilm, was hier vorgeht. Das darf doch nicht. Explosion auf der Manhattan Bridge. Wissen nur zwölf Menschen in ganz New York. Der größte Geldraub aller Zeiten. Ist alle Leitung tot? Ja, ich hab die meisten probiert. Komm schon da raus. Wer kann die Gangster aufhalten? Nur ein Mann, der bereit ist, Kopf und Kragen zu riskieren. Ein Mann wie David Hasselhoff. Gridlock die Falle. Freitag, 20.15 Uhr auf ProSieben. Ich steh drauf, wenn ich wandelt werde. Ja. Ein eiskaltes Verbrechen ist der Auslöser einer Katastrophe in den Bergen Alaskas. Oh Gott, wir sind weggeraden. Ein Mann wie eine Naturgewalt. David Hasselhoff. Wo sind meine Diamanten? Avalanche. Gefangen im Schnee. Morgen 20.15 Uhr auf ProSieben. ProSieben. Gute Unterhaltung. Seine Mission ist erfüllt und er kehrt auf die Erde zurück. Doch dort scheint sich einiges verändert zu haben. Wir wissen jetzt, wo das Signal herkommt. Das bedeutet... Der Standort des Senders liegt nicht auf der Erde. Auf die Hand gehen. Nirgendwo ist die Gefahr näher. Outer Limits. Morgen 22.10 Uhr auf ProSieben. Eine Katastrophe, die zu Mythos wurde. Erfahren Sie die letzten Geheimnisse über die Titanic bei Welt der Wunder. Gleich im Anschluss auf ProSieben. Wieso antworten die nicht? Verdammt, nochmal sind die blind!